Berechnen Sie die Normale von f von x ist gleich i zu 2 in der Bremse 1 und 2-Stripp-Frage-Schein. So, für die Normale verwenden wir die Formel für die allgemeine Normalengleichung y ist gleich minus 1 durch f' von u mal x minus u plus f von u. So, speziell für die Funktion x², hier ist die Ableitung f' von x gleich 2x, dann kann ich die Normalengleichung hinschreiben als y ist gleich minus 1 durch f' von u, also minus 1 durch 2u mal x minus u plus f von u und f von u ist dann u². Und jetzt setze ich hier ein x gleich 1, ja, das ist diese 1 hier, diese 1, die setze ich hier ein und ich erhalte y ist gleich minus 1 durch 2 mal 1 mal x minus 1, da muss ich eigentlich u schreiben, u gleich 1, also das ist x, aber trotzdem setze ich das u ein, mal x minus 1 plus 1 ins Quadrat. Also, das kann man noch ein bisschen umrechnen, das ist dann y ist gleich minus 1,5 x minus 1 plus 1 plus 1 ist plus 1,5. Das wäre die erste Normale, jetzt die zweite Normale, Punkt 2, sprich irgendwas, da setzen wir einfach u gleich 2 hier ein und wir erhalten y ist gleich minus 1 durch 2 mal 2 mal x minus 2 plus 2 ins Quadrat. Das ist dasselbe wie y ist gleich minus 1,5 mal x minus 2 plus 4, dann muss ich das hier ausmultiplizieren und ich erhalte y ist gleich minus 1,5 x minus 1,5 mal minus 2 ist plus 1,5, also plus 4,5.